Die Offenbacher Kickers haben ihr Team für die Saison 2012 und 2013 vorgestellt. Der OFC hat uns dazu zu einem Fototermin im neuen Sparda-Bank-Hessen-Stadion eingeladen. Mit insgesamt 24 Spielern startet die Mannschaft in die Tribunia-Saison. Das Ziel, der Aufstieg. Das Medieninteresse war groß. Zahlreiche Sportfotografen aus der Region wollten das perfekte Mannschaftsfoto. Neben vier Neuzugängen wurden auch die Spieler Sascha Korb und Marcel Mosch fotografiert, die aus der eigenen Jugend stammen. Nach dem Teamfoto ging es an die Einzelbilder. Neben bekannten Gesichtern wie Kai Hesse, Nikolas Feldhahn, Thomas Rathgeber oder Robert Wulnikowski präsentierte der OFC auch Stürmer Matthias Fetsch, Mittelfeldspieler Julius Reinhardt und Flügelflitzer Marcel Avditsch. Die Kickers haben zudem mit Janik Horn einen weiteren Torwart verpflichtet. Straat Hallo! Die Kickers gehörten. Richtig. Vielen Dank.